Du kannst so hässlich sein, so dreckig und grau. Du kannst so schön schrecklich sein. Sie sind alt, sie sind schmuddelig und sie sind so richtig hässlich. Aber sie sind Kult. Das hier sind zwei der hässlichsten Trinkhallen im Pott, findet zumindest der Herner Journalist und Autor Peter Hesse. Das ist wie Schönheit so entsteht. Entsteht im Auge des Betrachters und so ist es mit der Hässlichkeit auch. Also ich gucke immer, dass sie zumindest einen skurrilen oder zwei skurrile Fakten haben. Wenn es jetzt so eine wunderschöne Bilderbuch-Trinkhalle ist, dann nehme ich die natürlich nicht. 2020 fängt der 54-Jährige an, Trinkhallen abzulichten, verbreitet sie über die sozialen Medien und bekommt immer mehr positives Feedback. Anfang des Jahres entscheidet er sich dann, seine Bütchenbilder auszustellen. 40 Fotos der Trinkhallen hängen jetzt in Schwerte. Auf dem Weg dahin hat Peter Hesse einiges zu Gesicht bekommen. Ich war im Bochum-Weidmar, gibt es eine Bude, die sah aus wie ein Messie-Haushalt. Alles voll zugestellt mit Kisten, Kartons, Bierkisten und ich dachte nur, meine Güte, so was gibt es, das ist ja unfassbar. Und egal wie hässlich, für die Leute im Pott gehört die Trinkhalle zum Ruhrgebiet wie Butter auf die Stulle. Wir sind wirklich so aufgewachsen. Wenn ich anderen Leuten sage, wir waren eine Bude, was ist das denn? Ja, ein Kiosk ist das ja. Die gehören auf jeden Fall hier hin. Also die gehören zum Pott. Da wo man die Klümpkes gekauft hat, da hat man noch für 10 Pfennig, glaube ich, damals eine ganze Tüte bekommen. Oma und Opa haben uns immer zum Zigarettenholen geschickt und so. Eben so als Kind und ein paar Bonbons kaufen und irgendwie so ein paar Leckereien. Später auch schon mal ein Bier. Die Bütchenkultur entstand ursprünglich, um die Leute mit Mineralwasser zu versorgen. Leitungswasser war damals ungenießbar. In der Hochphase der Industrialisierung entwickelten sich die Trinkhallen weiter. Verkauft wurden neben Getränken auch Süßigkeiten, Zigaretten und Alltagsartikel. Später kam Alkohol dazu. Damit wurde die Bude zum sozialen Treffpunkt in der Nachbarschaft. Damals waren Trinkhallen der einzige Anlaufpunkt für alle, die nach 18.30 Uhr noch etwas kaufen wollten. Wegen ihrer sozialen Funktion sind die Getränkhallen seit 2020 offiziell immaterielles Kulturerbe der UNESCO. Und obwohl sie für manche vielleicht hässlich sind, sind sie immer noch ein Anlaufpunkt für... Eis für die Kinder oder auch mal ein paar Bonbons. Süßigkeiten. Bonbons, Lakritz haben wir geholt. Ein Energydrink oder so.